Die Markgrafen Johann I. und Otto III. stiften auf der größeren Insel im Parsteiner See das Zisterzienserkloster Mariensee. Spandau, 2. September 1258. Im Namen der heiligen, unteilbaren Dreieinigkeit wenden sich Johannes und Otto durch Gottes Gnade Markgrafen von Brandenburg an alle immer da. In der Gemeinschaft der einen allgemeinen Kirche hat sich seit den zurückliegenden Zeiten der heiligen Väter unter den vielen Orden, die in Wort und Geist die Religion offenbaren und unter einer Regel gehorsam in Gottesfurcht und Gerechtigkeit dem Herrn dienen, der Zisterzienserorden immer sehr hervorgetan. Und zwar durch den gottgefälligen Gehorsam, durch seine rühmenswerten Verdienste und das leuchtende Beispiel bei der Nächstenliebe und auch deshalb, weil die Väter dieses Ordens über ihre Institution, stete Gastfreundschaft, Menschlichkeit und das echte Mitgefühl mit den Nächsten unermüdlich pflegen. Der Orden lehrt, dass wirklich und wahrhaftig alles Irdische jedermann im Stich lässt und auch das Werk der Nächstenliebe unvollkommen bleibt. Wir müssen so wie alle anderen damit rechnen, in dieser Welt durch den Schöpfer geprüft zu werden. Damit wir, in Ungnade gefallen und dem Untergang geweiht, nicht ebenso hart verurteilt werden, machen wir diesem Orden und seinen Brüdern, die Gott für uns versammelt hat, von dem, was der Herr uns zuteilte, diese Stiftung, um den Orden zu mehren und zu stärken. Das geschieht in der einfachen Hoffnung, dass diese Tat vom Herrn hundertfach belohnt werde. Zur Vergebung unserer Sünden und um das ewige Leben zu erlangen, zur Ehre Gottes des Allmächtigen und der ruhmreichen Gottesmutter, mit unserem ehrlichen Willen und mit dem Einverständnis unserer Nachfolger, einen Ort aus unserem Besitz, nämlich die offensichtlich größere, vom Parsteinsee umschlossene Insel, diesen See selbst und verschiedene andere Inseln, mit Bergröcken und Hügeln, sowie weiteren Seen und Sümpfe, die von diesem See überschwemmt werden, an den Herrn Abt und die Brüder von Lenin übergeben und übertragen, mit allen uneingeschränkten Rechten und Nutzungen zum Bau einer Abtei des Zisterzienserordens, die nach unserem Beschluss St. Mariensee genannt werden soll. Darüber hinaus geben wir zum notwendigen Unterhalt dieser Abtei die Dörfer Pelitz, Plawe, Brodowin und Korin. Im Folgenden werden die Grenzen des Besitzes beschrieben. Zu allem oben genannten kommt das Hospital in Oderberg mit allem, was dazugehört, die Mühle in Ragöse aus dem Besitz des Alexander und hundert Morgen Wiese in Kreie, mit allen jetzigen und künftigen Erträgen, mit Gehölzen, bestellten und unbestellten Äckern, Wiesen, Weiden, Seen, Sümpfen, Flüssen, Bächen, Mühlen und anderen Nutzungen, die aus ihnen hervorgehen. Sollten aber Salzquellen auf dem Gebiet dieses Eigentums entspringen, so sollen sie uns gehören. Wir verfügen jedoch, dass sie durch die Kirche genutzt werden können. Damit die vorgenannten Brüder Gott in Ruhetreu ergeben dienen können, wollen wir und wir gewähren es ihnen aus besonderer Gunst, in unserem Einvernehmen und dem unserer Nachfolger, dass ihre Besitzungen sowohl aus unserer großen Schenkung als auch aus gerechtem Kauf oder als Geschenk von Gläubigen jetzt und in Zukunft frei sein sollen. Und ausgenommen von aller weltlichen Rechtsprechung und niemand von unseren Richtern, Schuldheißen und Beamten darf sich ein Urteil über sie anmaßen, sondern die Brüder selbst oder ihre Richter sollen nach ihrem Recht die große und kleine Gerichtsbarkeit ausüben. Darüber hinaus sollen sie sich aller Freiheiten erfreuen und die Privilegien in Anspruch nehmen, die der Zisterzienserorden auf dem Erdkreis genießt. Damit unsere Stiftung für die vielfach genannten Brüder eine fruchtbare Unterstützung sei und auch unantastbar in der Zukunft bestehen möge, haben wir diese Urkunde schreiben und mit unseren Siegeln bekräftigen lassen, vor Zeugen, die wir zum stärkeren Nachdruck namentlich benennen. Die in Christo ehrwürdigen Patres Otto, Bischof der Kirche von Brandenburg und Hermann, Bischof der Kirche von Kamin, Jakobus, Probst von Spandau, Bruder Konradus, Provinzial der Brüder des Minoritenordens, Bruder Hermann, Kustos der Minderbrüder von Brandenburg, Magister Albert von Schneidlingen, Kustos der Kirche von Stendal, Heinrich von Ostern, Pfarrer von Berge, Heinrich Schenk von Spandau, Holf, Vogt von Spandau, Albert Marschall von Stolp, Gerhard von Falkenberg, Heinrich von Tenis, Vogt von Biesenthal und viele anderen. Gegeben zu Spandau, durch die Hand Heidenreichs unseres Hofnotars im Jahre des Heils 1258, 2. September. Ergo, Phineus, Queat Finem Falkitem, et disponit onias obite.